Einen Monat ist es her, dass Trüthompson das Licht der Welt erblickt hat. Pünktlich zu diesem Anlass hat Mutter Cleo Cardassian, 33, Kepin Apfelde Cardassians, nun erstmals ihre kleine Tochter der Öffentlichkeit präsentiert. Auf Instagram postete sie ein kurzes Video, das den Nachwuchs ganz verträumt in einem weißen Strampler zeigt, Snapcard-Filter inklusive. Ich liebe dich, hübsches Mädchen, ist die Stimme der 33-Jährigen im Hintergrund zu hören. Aus ihrer Zeit vor dem Mutter-Dasein, Cleo Cardassian, Spoo, Stronglux-Better-Naket, gibt es hier. Doch nicht nur die frisch gebackene Mutter ist hin und weg von der kleinen Trüth, auch ihre Fans sind begeistert. Reaktionen wie, oh mein Gott, sie ist so süß, oder, mit so viel Süßem kann ich nicht umgehen, bestimmen die Kommentarleiste. Auch Kindsvater Tristan Thompson, 27, der kurz vor Trüßgeburt in einen Fremdgehskandal verwickelt war, äußerte sich vor wenigen Tagen erstmals zu seiner Tochter. In einem Podcast erzählte er, ihr ganzer Kopf ist voller Haare und sie hat grüne Augen. Sie ist das erste Thompson-Mädchen, daher ist das etwas Riesiges. Untertitelung des ZDF für funk, 2017